Mein Name ist Vasili und ich freue mich gewaltig, euch zu einer neuen Ausgabe des Proxcasts zu begrüßen. Der Podcast hier im deutschsprachigen Raum, vielleicht der beste auf der Welt, in dem es um Animes, um Mangas geht. Und, um das wieder mal unter Beweis zu stellen, habe ich mir hochkarätige Gäste ins Boot geholt. Zum einen den größten Japan-Experten, den ich kenne. Wahrscheinlich weiß niemand mehr als er, und sein Name lautet Qbert. Hallo, freut mich mal wieder hier sein zu dürfen. Oder wir haben mich normalerweise begrüßt, Konnichiwa, weil der Typ, der kennt sich aus. Und natürlich braucht es immer einen dritten der Runde. Einen quasi, der Richter ist zwischen Gut und Böse und keinem anderen traue ich diese Rolle mehr zu als dem guten IT. Hallo, ich bin hier dieses Mal das dritte Rad am Bein und schaue hier, dass die Beine hier keinen Unfug betreiben. Dritte Rad am Bein? Apropos Beine. Egal. Apropos Beine. Was sind die besten Beine in Anime? Die besten Beine in Anime? Ähm, das von, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß nur, dass, ähm, mal von unserer, ähm, bei einer Discut-Gruppe habe ich mal die, die, die Beine, die Files von der eine Frau aus SSSS.deiner-Sendon mal genommen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Dein kann mich noch nicht erinnern. Und was hast du mit diesen Beinen gemacht? Habe ich sie einfach als Gruppenprofilbild einfach eingestellt, mehr nicht. Habe ich einfach die Gruppe dann so Dino-Files oder so umgenannt, weiß ich aber nicht mehr. Aber an die Beine kann ich mich noch erinnern, einfach weil die einfach dann so, einfach so Profilbild an einer Discut-Gruppe waren. Ansonsten kann ich mich jetzt halt keine Beine jetzt so aus den Stege für jetzt erinnern, äh, die mir jetzt aus ordentlichem Gedächtnis geblieben sind. War ein gutes Wortspiel. Ich denke, die wichtigere Frage ist auch, wer hat die besten Füße in Anime ist. Aber das wäre vielleicht eine eigene Folge, die wir mal machen könnten. Nein, weißt du was, das besprechen wir zum Schluss der Folge, weil jetzt, wir brauchen, man braucht immer einen guten Cliffhanger und das interessiert alle, ne? Die, äh, das, das, der, die Auflösung unseres Fußfetisches. Aber wenn wir schon mal im Thema Beinen sind, und das ist alles nicht vorgeplant, liebe Leute, aber kennt ihr die Dings? Hat jemand von euch den K-On-Film gesehen? Nee, nein. Schade, weil jetzt ist mir jetzt den Sinn gekommen, die besten Beine, die beste Bein-Szene in Anime ist tatsächlich am Ende des Films. Gibt es wirklich so eine anderthalbminütige Einstellung, in dem man die vier Girls herumlaufen sieht. Und Naoko Yamada, die Regisseurin von K-On, hat wirklich ein ausgezeichnetes Händchen dafür. Hier quasi so viel Charakter in diese alltägliche Bewegung reinzubringen. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel. Also wenn ihr den Film, wenn ihr K-On nicht kennt, guckt einfach diesen Film, guckt vielleicht einfach nur diese eine Szene und ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, worum es eigentlich heute geht, und das ist ein wunderbares Beispiel gerade gewesen, ist, warum wir eigentlich Animes so lieben, was es eigentlich bedeutet, ein Weep zu sein. Q-Bot, erklär mir das bitte. Ja, ich kann auch gleich noch eine Parallele zu der Beinfrage da ziehen. Und zwar, es ist ein Anime, den ich sehr, sehr liebe und der mich sehr beeinflusst hat. Und das ist Run With The Wind, in dem es ja ums Laufen geht. Und dann sieht man sehr viele, sehr schöne Beine. Sehr schön animiert von Production IG. Und genau, ich habe gerade deine Frage vergessen, aber auf jeden Fall ist Run With The Wind ein sehr prägender Anime. Bist du mehr Rennen gegangen danach? Bist du Joggen und Laufen gegangen? Ich bin oft Joggen gegangen mit der Musik und auch einfach in Gedanken so mit den Charakteren. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber ja. Ey, der Anime hat mich... Eiti, bitte du zuerst. Ja, sag ich du zuerst. Eiti, wenn ich einmal etwas erlaube, dann ist das auch Gesetz. Ja, das ist das, was ich nur mal dazu sagen wollte, ist, dass ich auch gerne zumindest auch Anime-Openings, OSTs zum Sport auch anhöre. Im Gym zumindest höre ich auch gerne mal ein paar Jojo-Openings tatsächlich. Und wie viel Gewichte kann man drücken mit einem guten Opening? Alle. Alle? Alle. Alle Kilogramm hat der Eiti gedrückt. Alle Gramm. Nee, aber um den Punkt aufzunehmen, ich hab also original, also Sportanimes, das in einem irgendwie triggern, dieses Verlangen irgendwie, ähm, sich körperlich zu betätigen, sich zu ertüchtigen, das ist ja eigentlich die beste, also Sportanimes sind die beste Gesundheitsvorsorge. Wenn ich, ähm, irgendwie Karl Lauterbach wäre, würde ich einfach der gesamten Jugend ein paar Folgen Hajime no Ipo, Kuroko no Basket verschreiben und ich glaub, wir würden viele Probleme gelöst haben. Aber das Gleiche war auch bei Run with the Wind. Und zugegeben, ich bin in dieser Phase, wo ich den Anime geguckt habe, bin ich auch so regelmäßig joggen gegangen und laufen gegangen, aber das hat mich nochmal, das hat mich nochmal richtig, mich nochmal so richtig angetrieben. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das voll, ich find's halt immer schwierig, weißt du, irgendwann hören die halt im Anime aufzulaufen, in der letzten Folge dann, und dass man darüber hinaus noch weiterläuft, ne? Ja, also, ich, ich find wirklich diese, ich hab oft, ähm, das hatte ich ja in meinem letzten Tozerartikel auch geschrieben, oft irgendwie, ähm, starke Einflüsse von Sportanimes, aber die haben sich dann irgendwann verlaufen. Äh, auch wieder, äh, verlaufen, äh, auch wieder, äh, verlaufen, ja, weil, das läuft ja wie geschmiert hier. Das ist auch, also generell leider oft so ein Problem für mich bei Anime gewesen, das ist ein Riesenthema jetzt, aber, dass ich aufmache, aber irgendwann, die Folgen sind halt oft nur sehr begrenzt, 12, 24 Folgen, und man taucht richtig stark in dieses eine Universum ein, man identifiziert sich mit den anderen Läufern in dem Fall jetzt, und hat auch Bock dann immer mitzulaufen, vielleicht guckt man eine Folge und geht danach auch joggen, aber irgendwann ist die, ist die Serie vorbei, der Anime ist, äh, ist zu Ende, und dann taucht man wieder auf aus dem Universum, dass man gerade eingetaucht ist, und dann ist es manchmal wirklich schwierig, diese, einfach was Nachhaltiges mitzunehmen. Also, ich hab das immer noch jetzt mit Musik, die ich mir dann da anhöre, ähm, das begleitet mich oder so, aber, dass es mich richtig stark am Laufen hält, das hat zum Beispiel diese Show leider nicht geschafft, also, ja. Mhm. Also, das Problem ist einfach, dass man nicht langfristig für irgendwas zu begeistern ist, ne? Weil das hab ich, also, man springt ja als Weep ja von einem Universum schnell ins nächste, das ist ja irgendwie auch der Natur des Konsums geschuldet, dass man, dass es eben meistens kürzere Serien sind, wo man nicht so lange mit dabei sind, aber ich kenn genau das, was du auch erzählt hast, zum Beispiel, als ich Hajime no Ipo, den, äh, berühmten Box-Anime gesehen habe, ich hab gegoogelt, wo's in meiner Nähe Boxclubs gibt. Und dann hab ich auch gegoogelt und herausgefunden, dass ich eigentlich schon aus dem besten Alter, um mit dem Boxen anzufangen, schon lange raus bin. Also, wenn ihr auf die Ende 30 zugeht, dann, äh, ist Boxen eigentlich nix mehr für euch. Das ist wirklich tragisch, tragisch. Das ist auch ein brutaler Sport. Wie dem auch ist, ich hab irgendwas anderes dann geguckt, mich für irgendwas anderes begeistert, und plötzlich, ne, war man wieder ganz woanders. Ja, gibt es auch Serien, die euch, die euch noch nicht losgelassen haben? Die euch bis jetzt so beeinflusst haben? In eurem Leben, in eurer Lebensführung? In meiner Lebensführung gleich? Ähm, Lebensführung ist sehr interessant. Ähm, da fühlen wir erst in meiner Lebensführung. Lebensführung, das ist jetzt das Wort. Alter, kommt auf das Wort nicht klar. Verdammt, ne, also IT hat davon noch nie was gehört. Er wird ja vom Leben geführt. Ja, eben. IT ist, IT ist wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so eine Papiertüte im Wind, dass sie sich vom Leben führen. Ja, lass mich einfach vom Leben einfach fühlen. Lass mich einfach vom Winde verwehen und schau einfach, wo ich überhaupt lande. Das ist mein Leben. Ey, nein, also bei mir ist es so billig klischeehaft. Ich muss einfach, wisst ihr, immer wenn man, wenn ich in einer misslichen Lage bin, wenn ich denke, boah, ist alles so viel. Ja, zum Beispiel. Aber es geht eigentlich so generell um diese Shonen-Protagonisten, die sich allen Widrigkeiten widersetzen und dann irgendwie durchpowern. Das ist so, wenn ich merke, oh shit, Mann, ey, der Chef will von mir noch so viel Sachen und ich habe so wenig Zeit. Dann denke ich so, ey, was hätte Naruto getan? Und dann stecke ich ihm den Finger in den Po. Das ist auch, das wuchst du dir sehr gut. Ich hoffe, das gefällt ihm auch. Aber, aber, Qbert, gibt es was bei dir vielleicht, warum du die Frage stellst? Sie ist mir gerade nur so gekommen. Also ich meine, ich habe eben auch dieses Problem, dass man immer wieder zu einer anderen Serie springt. Ich habe nur Serien, die einen halt ein bisschen stärker beeinflusst haben oder schwächer. Ja, aber gut, du bist ja aber trotzdem in solchen Sachen viel ernsthafter dabei, weil, das haben wir in einer nicht veröffentlichten Proxcast-Folge gesagt. Ich meine damit die gescheiterte Aufnahme vor 10, 15 Minuten. Du bist ja, du bist ja Karuta begeistert und die meisten wissen nicht, was Karuta ist. Du bist der Weltmeister. Und das ist ja schon krass. Da hast du ja auch irgendwie ein Investment von ein paar hundert Stunden drin, damit du das jetzt so gut kannst. Also erklär mal, was ist das und warum guckt man ein Anime und verschreibt dann hundert Stunden seines Lebens diesem lyrischen Sport? Ja, also ich hatte das ja noch schon mal verschriftlicht, wie ich zu Karuta gekommen bin, aber für all die, die das noch nicht gelesen haben, den Artikel. Es ist so, dass wie bei vielen anderen Neueinsteigern in den Sport Karuta, Karuta ist so ein Gedicht, also ein Kartenspiel, kann man vielleicht so sagen. Alle, die eigentlich neu eingestiegen sind in den letzten Jahren, sind sehr stark von Anime und Manga beeinflusst, und zwar von der Serie Jihayafuru. Und so war das halt bei mir auch. Also man schaut diesen Shonen, oder er hat halt Shonen-Elemente. Er ist offiziell als Josei klassifiziert, weil er halt in einem Josei-Magazin publiziert wurde, das Werk. Aber er hat halt viele so diese klassischen Sport-Anime-Elemente, dass halt so eine Gruppe von jungen Menschen, Highschool-Students, ja, die Besten werden wollen in dem Sport, den sie treiben. Und ich fand den Sport so schön, weil ich auch die japanische Sprache so schön finde, dass ich das auch mal ausprobieren wollte. Das Problem bei solchen Sachen ist halt, dass man in Deutschland da nicht viel Anklang findet. Also in Deutschland gibt es ganz wenige Leute, die das spielen, und das verunmöglicht das ein bisschen, was traurig ist. Aber ja, wie du sagtest, Jihayafuru zum Beispiel hat mich sehr beeinflusst. Ich habe ein neues Hobby gewonnen, und das ging mir bei vielen anderen Shows auch so. Also ich meine, wenn ich jetzt weiter... Du musst, wir müssen kurz die Komplexität dieses Hobbys mal darlegen, weil du lernst da, man lernt da 100 Gedichte, plus, minus, japanische Gedichte, mehr oder weniger auswendig, und duelliert sich mit diesen Gedichten. Ja, genau. Funktioniert so der Sport in etwa? Ja, also es sind 100 Gedichte, es ist eine Sammlung aus 100 Gedichten, und man spielt immer nur mit 50. Also es ist dann random, welche 50 Gedichte in jedem Spiel vorkommen, und es geht darum, man spielt eins gegen eins, jeder hat 25 Karten auf seiner Spielseite, und es geht dann darum, am schnellsten die Gedichte, die gerade vorgetragen werden, zu erraten, also zu erreichen. Es ist auf jeden Fall ein sehr seltsamer Sport, weil man muss, wie du sagst, 100 Gedichte so mehr oder weniger auswendig können. Und man muss sich, also es ist ein Konzentrationssport auch, weil man sich einprägen muss, wo welche Karte liegt. Und ja, ich denke, es ist ein ganz komischer, komischer Sport, weil der, der, also die Gedichte, die der Sport aufgreift, sind halt Gedichte aus dem Jahr 600, 700, 800. Da war Japan, gab es Japan so noch gar nicht. Und dass über die Jahrhunderte, über 1000 Jahre, dass dann eventuell ein Sport daraus geworden ist, ist einfach, fand ich schon immer auch richtig unique und wahrscheinlich deswegen auch interessant. Vielleicht fand ich es auch cool, weil ich es edgy fand oder irgendwie besonders. Du wolltest der Typ sein, dieser eine Typ, der dieses eine Hobby hat, dem das kein Schwanz kennt. Genau, genau. Vielleicht ist es auch ein bisschen das gewesen. Ja, aber Anime zeigt einem halt auch Sachen, die man einfach noch nie gesehen hat. Eben wenn ich auf einer Party bin und da versuche, Eindruck zu machen, dann sage ich auch, ja, ich bin begeisterter Liebhaber des senegalischen Films Noir der 60er Jahre. Oder es gab wirklich da eine Bewehrung. Spaß beiseite. Aiti, was ist das Verrückteste, was du wegen Anime gemacht hast? Wegen Anime gemacht habe? Ja, das Verrückteste, was du angestellt, gemacht, getan hast. Erzähl es mir. Erzähl es uns. Bergwahn angegangen einfach. Versucht, Berge zu erklimmen einfach. Ich habe ja letztes Jahr, 2023, einen Manga gelesen, The Climber, den ich sehr gut fand, in dem es einfach darum geht, ein Typ, Highschool-Schüler, der eben auch später erwachsen wird. Es erzieht sich quasi von seinem sehr jungen Alter bis hin zum Erwachsenenleben, eben auch dann, wo er dann irgendwie versucht, einen Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Er will einfach nur Berge erklimmen, so. Er will einfach nur Berge erklimmen, bestenfalls auch alleine so. Ähm, jetzt bin ich jetzt nicht der stärkste Mensch, natürlich dafür. Ich bin jetzt kein, ich bin auch nie klettern wirklich gegangen, so. Aber irgendwann mal am Freund, ich bin mir mal vorgeschlagen, ey, lass mal wandern gehen, lass mal einen Berg hoch wandern gehen, so. Und da war ich nicht ... Was ist nicht mal deine eigene Idee? Das war nicht meine Idee. Ja, das zählt nicht. Ja, wie schon vorhin erwähnt. Das hat dein Freund gemacht und nicht Anime. Du hast, ich habe jetzt gedacht, boah, der Manga hat dich jetzt komplett geflasht, aber nee, das zählt nicht. Das zählt nicht, fuck. Das zählt einfach nicht. Hast du was, Vassili? Ui, ähm, ich habe gerade nachgedacht. Ich habe gedacht, der IT würde noch mehr erzählen, dass ich noch eine Zeit habe, um auf eine Idee zu kommen, aber ich glaube, ich muss in die Kindheit zurückgehen, ähm, und zwar, ähm, weil ich bin jetzt inzwischen ein gemachter Mann, ich mache keine verrückte Scheiße mehr, es ist vorbei. Aber damals, als ich noch in der Grundschule war, was sagen wir da? Zweite Klasse, dritte, vierte Klasse, so. Und, äh, Naruto, äh, nein, was ist das? Entschuldigung, so. Dritte, vierte, fünfte Klasse, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Egal. Ich war ein süßer Grundschüler, Naruto lief im Fernsehen und ich war ganz begeistert von diesem Insekten-Typen, ne, von Chino. Und da habe ich gedacht, ey, ich möchte auch Insektenbändiger sein und mit denen kämpfen und so. Da habe ich halt, also in der Realität ließ sich das nicht umsetzen, aber ich habe immer alle Insekten, die ich gefunden habe, mir irgendwie in die Jacke getan. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich habe gedacht, hey, das sind jetzt meine Hobbies. Hast du nicht, come on. Doch, 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 natürlich, 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 selbstverständlich. Oh Gott. Und ich, 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 das habe ich auf dem Schulhof gemacht und ich wurde wirklich mit tadelnden Blicken abgestraft, aber ich war stolz drauf. Und hast du auch angegriffen mit denen dann? Es hat nicht funktioniert, es hat nicht funktioniert. Ich wollte sie halt erst irgendwie mit ihnen anfreunden und so. Ich habe gedacht, wenn wir nah beieinander sind, das funktioniert schon irgendwie aber. Aber kein Chakra gehabt dann? Ey, mir hat das verdammte Chakra gefehlt. Ich glaube, das Einzige, was da bei mir so reinkommen würde, wäre halt, dass meine Yu-Gi-Oh!-Zeit hat eben, wo ich halt auch aktiv durch Yu-Gi-Oh! meine Kinder eben auch versucht habe, Yu-Gi-Oh! Karten zu sammeln, weil ich auch welche gestohlen habe, möglicherweise, von, von Klassenkollegen. Oh Gott, das habe ich auch gemacht. Ich habe, ich, ja, das, 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 das traumatische Erinnerung. Erzähl deine Yu-Gi-Oh! Liebesgericht, erzähl meine. Ja, sie war halt übrigens im Yu-Gi-Oh! Fieber, wollte halt immer, habe mit meinem Bruder zum Beispiel richtig gerne Yu-Gi-Oh! gespielt, einfach gegeneinander so. Wir haben natürlich auch immer gewonnen, ähm, gegen Freunde in der Klasse eben auch dann gespielt, so, und wollte halt immer besser werden, wollte besser Karten haben. Die hatten halt eben so die, diese, äh, Götterskarten halt eben, äh, irgendwie, äh, den blauen, den roten Drachen da und den gelben Adler da, ich weiß nicht mehr, wie die leider heißen. Der Obelisk, der Peiniger, der goldene Ra oder so und, und Slifer, der Himmelsdrache. Stimmt's, ja, stimmt's, der Himmelsdrache. Die wollte ich unbedingt haben, und ich weiß, dass halt ein Klassenkollege halt eben, äh, den, den, den Game Adler hatte, Ra, den wollte ich unbedingt haben, weil der war so cool halt eben, im Anime anzusehen, die dann so plötzlich so über mehrere Runden hinweg sich erstmal aufgebaut hat und dann irgendwie so über, über mega OP war und dann trotzdem irgendwie gefickt wurde, so. Ähm, den wollte ich unbedingt haben, so, also hab ich mir einfach dann irgendwie mal stibitzt, so, ähm, von ihm. Ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, so, ähm, maybe, während er auf Toilette war oder so, hab ich's dann, äh. Du weißt nicht, wie's passiert ist, also. Ich hab mich halt nicht mehr erinnert, also, ich hab mich nicht mehr erinnert, so, was ich, wie ich, was du nochmal gemacht hast. Vielleicht war er auf Toilette, hab ich's dann genommen, oder vielleicht hab ich's einfach aus seinem Rucksack oder so, einfach so, einfach stabil, einfach wegstibitzt, so. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dann im Auto meiner Mutter dann quasi saß, nachdem sie mich abgeholt hat und dann, ähm, der Klassenkollege dann rausgerannt kam und dann nachgefragt hat, ob wir, ob ich weiß, wo seine Yu-Gi-Oh-Karte ist. Nein. Und ich, und ich, und ich dann gesagt hab, nee, nein, weiß ich leider nicht. Du bist ein Scharlatan, also wirklich, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab wirklich nicht gedacht, dass du so ein schlimmer Finger bist. Die Karten sind so krass, ich dachte gar nicht, dass es die wirklich gibt. Ich komm ja aus so einem kleinen Dorf und so, und von, für, für uns, wie wir damals die Yu-Gi-Oh-Karte gespielt haben, wir sind nicht an die krassen Karten gekommen. Für uns war das so im, niemals gab's die wirklich. Tja, das dachte ich auch, dann hab ich halt krassen Kollegen halt gesehen, die damit gespielt haben. Nee, aber tatsächlich, bei mir, das war jetzt wirklich schlimme Erinnerungen in mir geweckt. Nämlich, äh, natürlich waren wir auch in der Grundschule im Yu-Gi-Oh-Fieber. Ich, ich hätte gern die Yu-Gi-Muto-Frisur gehabt, aber der Friseur hat immer gemeint, nein, das ist, äh, das geht nicht, lieber, äh, achtjähriger, äh, Knabe. Aber, das Ding ist, es war mal bei uns Jahrmarkt, ne, und da gab's ganz viele Volkszustände und ich war unterwegs mit drei Kumpels aus meiner Klasse. Und wir waren halt so, wir haben so ein bisschen geklaut, so, weißt du, immer so, 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 irgendwie so eine ganz kleine Kleinigkeit, irgendwo, Stippwitzen, das war so, das war so für uns so der Frill. Und, äh, das ist alles schon lange her, das ist schon verjährt, ihr müsst, äh, euch, ihr müsst euch, ihr müsst mich nicht, ihr müsst mich nicht anzeigen. Und dann sind wir zu diesem einen Stand gekommen von, äh, so einem Typen, dessen Gesicht hab ich noch klar vor Augen, das war so, so eingefallenes Gesicht, äh, hat sicherlich zwei Packungen Malboro am Tag geraucht und so lange, graue Haare. Und zwar so, so ein ganz, ganz, äh, obskurer Kerl. Und der hatte halt Yu-Gi-Oh! Karten. Und der hatte halt nicht die normalen Booster-Packs, die wir halt auf dem Dorf auch kannten, sondern er hatte eben auch so eine Special Edition, wo du, äh, wo die, äh, Götterkarten, auch Ra und Obelisk und so weiter dabei waren. Oh. Und. War ja aus Ägypten. Das war dann für uns möglicherweise. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ihn nicht näher kennengelernt, also ich hab ihn, also lass mich zu einem erzählen. Das war für uns der heilige Grad. Und wir haben gesagt, ey, wir brauchen das, wir brauchen das, wir haben nicht die Kohle, aber wir brauchen das. Und dann haben wir halt ein ganz, ganz, ganz schlecht orchestriertes Ablenkungsmanöver gemacht und ganz, ganz, äh, ne, mit, mit, mit neun Jahren ist man halt nicht so geschickt, wie man es heute wäre, wie dem auch ist. Wir haben uns gestohlen, wir sind, äh, wir haben uns, äh, verpieselt, sind so um die Ecke in der Gasse und haben gedacht, oh, geil, und wir wollten uns das gleich anschauen. Und dann kommt der Typ uns hinterhergerannt. Oh. Dieser, 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 dieser Standbetreiber kommt uns hinterhergerannt und packt den, 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 denjenigen mit der Kartenhand am, am Kragen und, äh, brüllt uns an und sagt, was ist los mit euch, was, was, was spinnt ihr eigentlich und so weiter. Und, und, und dann, äh, wurden wir alle ganz nervös und bleich und er hat gesagt, einer kommt jetzt mit und, äh, und als Wiedergutmachung bewacht er für eine Stunde den Stand. Oh. Und ich war dieser, derjenige, ne, ich war derjenige, der die Arschkarte gezogen hat. Oh, er hat mich dann zur Kinderarbeit gezwungen. Er hat mich zu fucking Kindern, natürlich, also es war, es war hochgradig illig, also es war halt, äh, selbst Justiz vom Feinsten, die, die er für die Biokarten betrieben hat, aber er hat mich dazu gezwungen und es war, es war, es war, es war absolut. Es war wirklich ein, äh, es war wirklich ein, äh, ein sehr, sehr verstörendes Erlebnis und ich hab, glaub ich, seither, nie wieder was gestohlen. Und. Sehr gut. Und alles nur wegen Yu-Gi-Oh-Karten, alles nur, weil man, äh, ein verdammter Weep ist, ne. Ich bin geschockt, was es einem alles kosten kann. Es, äh, es ist, das Interessante bei mir eben, weil ich mich damals ja nie, wie ich als, als Weep oder Otaku oder Anime-Fan eigentlich, wie ich, ähm, so interpretiert habe. Aber für mich war halt Yu-Gi-Oh einfach nur Cartoon, so wie alles andere halt eben so, äh, Bienemeister, ich mach was hier ab und so, aber für mich war alles irgendwie Cartoon so. Und hab ja erst, äh, 2016, zwei Jahre bevor ich dann Proxy dabei getreten bin, ja überhaupt erst bewusst Anime geschaut, weil ich inzwischen, ähm, Grundschulalter und 15 Jahre, wo ich dann sortend online geschaut habe, bewusst auch dann, hab ich Animes gehasst. Ähm, für mich war ein Animes, also dieses, dieses Klischeehafte ist nur was für Kinder, ist was für Mädchen, ist irgendwie nur blöd, ist dumm und so. Äh, weil halt ne, 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 äh, Klassenkameradin in der Grundschule, ne, nicht im Grundschule, sondern im Gymnasium, in der Unterstufenzeit, halt immer andauernd gefühlt jede Pause über Black Butler halt geschwärmt hat, so, sich Folgen angeschaut halt, so, in den Pausen, zwischen den Stunden, so, immer über ... Und du warst nicht in sie verliebt? Nein, absolut nicht. Wenn du das gewesen wärst, dann hättest du auch Black Butler geschaut und ihn gelernt. Wahrscheinlich, ja, dann hätte ich eine komplett andere Route dann eingeschlagen. Aus diesem Grund hab ich Twilight gelesen, ne, weil ich auch, wenn das Mädchen in der Klasse verliebt war, das voll auf Twilight abgefahren ist, Du hättest eigentlich Vampir werden müssen, ja. True. Ja, das wär cool gewesen. Du bist Team Edward. Na, ich bin Team ... Ich bin eher Team Jacob, actually. Also, sagst du das jetzt ernsthaft oder einfach nur so, aus Spaß? Na, schon. Um mich zu provozieren, um mich zu triggern? Schon eher Team Jacob. Die stinkigen, stinkigen Wolfstypen, der, also sorry, der hat überhaupt keine Klasse, er drängt sich auf, überall. Aber das Ding ist halt, Edward ist halt einfach richtig alt, schon und macht sich dann an so ein Teenager-Girl ran. Also, das ist halt das Schlimme. Der Wolf ist halt so ein hormongesteuerter Teenager. Aber der andere ist halt so ein alter Opa. Kann man nicht. Ja, okay, aber eigentlich altert er ja nicht, wenn man die Regeln des Universums anwendet. Und eigentlich sind Bella und Edward seelenverwandt. Und eigentlich ist Robert Pattinson ein ziemlich cooler Dude. Das auf jeden Fall. Robert Pattinson ist ein sehr guter Spielspieler. Deshalb war ich immer bei Team Edward. Aber den Twilight-Podcast, den nehmen wir danach auf, kennen wir nochmal zurück. IT hat sehr schön über seine Entwicklung, seine Otaku-Karriere gesprochen. Und es ist schon spannend, wie sich das so mit der Zeit verändert, wie die Begeisterung kommt und wieder abflaut und dann wieder kommt. Kubot, du bist gerade im Moment so ein bisschen raus aus dem Ganzen, ne? Ja, sehr, muss ich sagen. Leider, leider. Ich habe versucht, das zu ergründen. Ich denke, es liegt halt einfach auch viel daran. Warst du beim Therapeuten deswegen? Naja, ich war heute da beim Anime-Therapeuten. Genau. Und wir haben das zusammen eruiert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es so eine Phase ist gerade. Sind alle scheiße, die andere. Es ist eine Phase. Es ist eine Phase. Ne, was ich sagen will, das habe ich auch in einem Text letztens mal erwähnt. Es ist so, ich finde, man wird halt einfach älter und mich stört es mittlerweile, dass viele Serien einfach, die Charaktere sind, mir wirklich zu jung. Das ist so eins der Kernprobleme. Also ich will viel mehr Serien schauen, wo ältere Leute die Hauptfiguren sind. Ich will Serien schauen, wo so ein Opa mal ein Hauptcharakter ist oder wo so die Arbeitswelt. Und einige spielen ja größtenteils in der Schule, ne? Genau, genau. Und da bin ich halt schon Ewigkeiten raus, ne? Aber das ist das Problem. Wenn jemand so Herzflimmern bekommt, irgendwie so Herzrasen, weil er so sein Liebesgeständnis beim Baum hinter der Schule macht, da bin ich halt nicht mehr so, das kann ich gar nicht mehr so stark nachführen. Ich denke mir jetzt, sag ihr doch einfach, dass du sie magst, ey. Und leider, also ich wünsche, ich könnte mich da noch stärker zurückdenken oder so, aber ich habe es ein bisschen verloren. Und ich wünsche mir mehr so ein bisschen Repräsentation von älteren Leuten, vor allem so die Arbeitswelt. Ich habe, ja, das ist so eines der Gründe, warum ich so ein bisschen raus bin gerade. Aber ich bedanke mich nochmal von Herzen, dass ihr, lieber Aiti und lieber Qbot, mir heute Gesellschaft geleistet habt und ein bisschen in eure Seele habt blicken lassen. Und ich hoffe, ihr da draußen habt die Folge auch genießen können. Hinterlasst uns einen Daumen nach oben, erzählt euren Freunden und Verwandten davon oder wenn ihr euch schämt, tut es nicht. Aber bei uns seid ihr immer gut aufgehoben und wir haben euch alle sehr, sehr lieb. In diesem Sinne, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.